Ja, warte da bei Tor Nummer 3 auf den Stapler, der mir ablehnt. Ja, da stehe ich und warte ich. Es ist schon halb zwölf gewesen, ich muss dann noch den zweiten Wagen anhängen, dort sind die Boxen geladen und nach Hause waren. Mittagessen wäre zwölf Uhr, ich komme wieder zu spät, denke ich. Nachmittag wollen wir dann Kartoffeln roden, verzögert sich auch ein wenig, doppelt geladen, der neue Wagen und da muss ich zuerst umladen. Ja, gut, können wir wenigstens 16 Boxen graben, roden diesen Nachmittag. Ja, und hier wird Pustum gewälzt. So, vor der Wagen leer, dafür hinten doppelt geladen. Es gibt dann wieder zwei Wagen, es gibt 16 Boxen. Reicht für heute Nachmittag, aber nicht mehr. Jawohl, so fort nach Hause ist schon sehr nach Hause. Das war Timo. Sollte 16 Boxen reicht gerade für einen Nachmittag. Nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Gerade richtig einmal. Bereits 10 Motieren und erst ein Wagen wird jetzt voll. Zweiter Wagen muss auch noch voll werden. Denken wir oben dann sicher bis 6 Uhr. Je nachdem. Ende des Feldes um 4 Uhr. Ich denke es gibt eine kurze Pause, etwas trinken und etwas essen. Die Regierung sagt, ihr reißt euch zusammen oder geht es weiter. Oder wenn es die Züge hat. Sheet sollte bei alloc students die fünf Wähleras über Kokosische Kon boom. Can I get stored? Ich habe nur noch keine Ahnung. Ich habe nur noch nur gejuktただ. Ich habe keine Ahnung, Energie von Dokon 달 мон begrieben, Sie hat eine Cauchzen chronische. Kann ich kurz kommen aus, jede Menge Kamos€ im Blick auf administrative An. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018